Wir sind zurück in Berlin. Willst du Hallo sagen? Hallo! Best Freunde zurück! Auf einer Reise. Die letzte Mal war es in Amsterdam. Ja, und jetzt in Berlin. Ja, sag es, sag es, sag es. Jetzt gehen wir runter. Der erste Mal auf. Das gilt für alles. Der erste Mal auf. Automaat und vor. Jetzt warten wir für ein train. Und gehen wir irgendwoher. Hier. Wir schauen uns in Berlin. Zu München. Dann gehen wir fortune. Zu München. Du hast Zeit hier auf. Es sieht nichtum poi hin. In Berlin. Also Brady ist ein bisschen ein bisschen. 9 города Baddorf Die Träckdämpfe Facing on the camera, I introduce an area. Welcome to Berlin. Let's check out the town. Take time by time, piece by piece, bit by bit. We'll see where we walk around to. Peace out. Richard Wagner Platz. Yeah, that's right. I've already seen the building. Wow, it's very thick. So now we've made it into the apartment. Airbnb. Yes. There's a couch, bed. And a bunk bed. So this will be my place tonight. So check, check, check. Yeah. Welcome to Alexander Platz. Nochmal Foto. Yo. Oh. 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 Oh, yeah. Oh, yeah. Schau mal, da hinten war, ähm, ich hab vergessen. Da oben war man die Disco, da war ich hinten. Genau, und da war man, äh, Dunkin Donuts früher mal, ne? Ja, das war das allererste, oder so. Ja, man, ganz Deutschland jetzt auf einmal. Ja, wir fahren ja auch hier, wir fahren auf dem Fernsehturm. Oh, ja, wir fahren schon mal, da machen wir. Ja, ich darf schon mal noch mal fahren. Alexander Platz. Welcome to Alexander Platz. Alexander Platz. Ja, mein Trabi. Ja, mein Trabi, ich bin heute Abend, deswegen ist es da. Ja, mein Trabi. 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 Woop. Wie sieht das aus? Ja. Ja. Sehr schön. Great voice, great voice. War ich auch nicht. Die Russische Konsulat. Da ist die Bratenburger Gate. So in front of us is the Bratenburger Gate. We'll see it from the front. Oh, it's not from the back, it's from the front. This is the Bratenburger Gate. This looks bigger than the Ziegestwa we saw in Munich on the last video. So, let's walk through the Bratenburger Gate. Bratenburger Gate. Lasst uns euch laufen. Hey, da ist es doch. Bundestag. The Bundestag is over there. Now, we're entering West Berlin. We were just in East Berlin. Now we're walking towards West Berlin. Behind me was East Berlin. But, well, we're still in East Berlin, though. There used to be a wall on this line. That divided East Berlin. That divided East and West Berlin. You can see the line. Now we walk to the Bundestag. where the MPs sit down and do their thing. And talk what's going on in Germany. So you can notice the difference. The city used to be divided into two cities. From back in the days between East and West Germany. So West Berlin was more an island city. So East and West Germany used to be separated once upon a time. So it's kind of like historical. So we call. No thanks. Das war's für heute. Es ist eine Gay Parade. Es sieht aus wie eine Gay Parade. Die Brandenburger Gate von hinterher. Es gibt viele Leute, eine große Stadt. Das ist wie es zu sehen war. Die Brandenburger Gate. Und da war eine Walle. Die Brandenburger Gate von hinterher. Die Brandenburger Gate. 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 Wir sind jetzt in der Mitte. Die Brandenburger Gate. Die Brandenburger Gate. Ja. Die Brandenburger Gate. Die Brandenburger Gate. Ja, zurecht. so i'll end the video here now for now so peace out